Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Projekt mit Daniel. In diesem Projekt können wir fliegen und ja wir sind komplett in Überlebenswurz. Wir können uns als Beispiel mal schlagen. Komm mal her. Ohne Schwert. Ohne Schwert. Sonst verrückt man nach zwei Schlägen. Ja. Alles beim Ballon. Ja. Wir sind perfekt in Überlebensmodus. Ey. Du den Stock weg dieses Unfair. Der hat nur... Das ist nur Rückstoß. Was ist das? Ha. Wo bist du? In der Ninja. So jetzt hören wir uns auf zu Frau Bruggl. Okay. Ich hab gesagt wir hören uns jetzt auf zu Frau Bruggl. Und jetzt tu den scheiß Stock weg. Der hat nur Rückstoß. Also. Dann gib mir einen. Los. Mach das selber ein. Mal den selber ein. Oder weißt du was? Du hast noch besser. Du gibst dann ganz kurz deinen Stock und ich multiplizieren an. Nein. Das mach ich. Nein. Ja. Warte da. Ich hab welche Ding schon gegeben. Mal hin und raus. Wow. Jetzt hab ich zwei Sachen erfahren. Ich löscht jetzt wieder weg. So. Jetzt hat jeder das gleiche. Und noch aufprobieren. Hopp. Ja. Funktioniert. Ach Gott. Da bitte. Hallo. Hallo. Ich hab dich grad her-teleportiert. Okay. Jeder sucht sich jetzt eine Base. Was hast du so am Anfang jetzt grad vor? Ich dachte ich geh jetzt erstmal und mach mal alle Ressourcen und dann geh ich farmen. Das Schwert brauch ich jetzt nimmer. Mein Stock. Ich wollt mir jetzt grad eigentlich eine Spitzhacke machen und dann auf Diamond Suche gehen. Oder ich... Oder willst du... Oder machst du da als erster die Base? Ach, das ist ja scharf. Ich mach mir als erster wahrscheinlich eine Base. Ja, hast recht. Wir machen uns als erster die Base. Wollen wir uns gegenseitig zeigen oder... Wie nennen wir das Projekt Minecraft Galaxy? Ja, ja. Das Projekt heißt Minecraft Galaxy. Ähm. Und ich würd sagen, wir bauen uns in der Nähe vom Spanerhaus. Wir dürfen schon ein bisschen wegflügen. Da ist ein Dorf. Alter, ja. Ich hab voll das gemacht. Das Dorf. Kleiner Cheater. Jetzt wissen alle Leute... Da schau mal her. Da, komm mal her. Schau mal. Hier. Ein Dorf. Ähm. Ich glaub das ist falsch konstruiert worden, oder? Nein, das ist richtig. Wo ist denn der Spawn? Der Spawn ist da hinten. Ein bisschen weiter weg. Ein bisschen weiter weg. Ah ja, da hinten. Ich bin eh... Ich bin eh noch ein bisschen weiter weg. Das Gute ist halt, wenn ich da bin, kann ich da mein Haus bauen. Und zweitens, ich bin beim Villager-Dorf und ich kann mir Sachen erhandeln. Zum Beispiel ein Pickaxe. Ja, weißt du das jetzt? Mach ich schon einfach, wo ein Bett ist. Alter, lass die Betten doch in Ruhe. Fang doch doch dein eigenes. Nein. Und wir haben übrigens hier ein paar Beacons. Das ist dafür, dass wir unsere Besen auch finden. Weil wenn wir sie nicht finden, haben wir eben die Masen. Und das ist ja ein bisschen gemein, oder wollen wir es lassen, Marlon? Nee, es ist viel zu gemein, wenn man das der Base nicht findet. Weil dann findet es der andere und dann sprengt es der tot. Und dann haben wir ja auch gefunden. Ja, aber dann baut der es ja eine neue. Somit der Base-Sprenger ist okay. Und wenn wir es so machen, wenn wir es so machen, dass man sich keine Items aus der Kisten schuhen. Doch, Items aus der Kisten dürfen wir. Man darf nur nicht die Base vom anderen Sprenger. Okay. Dann haben wir da mal eine Werkbank zu... Alter, ich habe aus der Schmiedenkiste... Also, als wirst du deine Base bauen? Keine Ahnung. Ich habe aus der Schmiedenkiste Eisenspitzhackern zwei Dios gefunden. Nein, 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 das glaube ich dir nicht. Doch. Stimmt, aber. Ich habe die ganze Kisten schon abgebaut. Ah, und da haben wir auch Kisten. Und da ist noch ein Ofen im Makler mit. Das brauche ich noch mal noch nicht. Ja, da sind Öpfel. Wenigstens habe ich schon mal was zu essen. Da schau. Da habe ich gar nichts. Aber schau mal, ich habe so einen eigenen Schutz. Schau mal. Wow, der bringt da was. So lange ich nicht aufgreif, tut er nichts. So lange nicht aufgreif, tut er nichts. So lange nicht aufgreif, tut er nichts. Ja, gerade noch mal. Ja. Ich schenke mir dafür auch dir. Wenn ich empfinde. Und das Inventar darf man behalten. Es darf keiner das ausschalten, weil sonst muss derjenige gebannt werden. Also wenn Daniel aber gebannt ist, also wenn er dann verlässt, bin ich auch raus. Aber eigentlich ist es ja umfällig. Ich kann nicht jederzeit schauen, wo eigentlich deine Base ist, wenn man mit ihm wegkehrt. Wenn man dabei einen Tag ist. Nein, darfst du aber nicht. Du darfst das nicht sprengen und... Ich kann mal... Ich weiß das. Ich geh jetzt zum... Ich habe ja mal einen... Wo ist ein Crafting-Tapel? Und was ist, wenn ich aber meine Base im Untergrund baue? Weil teleportieren ist auch nicht. Schau mal, schau mal, schau mal an. Ich mache mir jetzt ein Stack Brot. Denn ich habe so viel Weizen. Ah, Weizen. Dankeschön für den Hinweis. Scheiße! Wo ist noch Weizen? Ich suche jetzt wieder. Weizen hier. Hallo? Nimm mal ein bisschen Weizen. Habe ich schon Weizenbier. Das ist der Opfen. Du hast da recht. Ah ja, die Klingel ist mir aufgefallen. Ich habe nur mal nachgeschaut in der 1.14. Die Klingel ist nicht da, um die dort Bewohner in die Häuser zu verscheuchen. Die Klingel ist dazu da, dass ein fahrende Händler auftaucht. Also Glocke nicht leiten. Sonst kommt ein fahrende Händler... Oh Gott, der Fahre... Der Fahre... Das ist ein Braustand, ja! Ja, Braustand! Für was brauchst du einen verdammten Braustand? Hallo? Für was braucht man keinen verdammten Braustand? Ich habe 34 Brote. Mach doch deine... Mach doch deine eigene Ding! Ich habe 34 Brote. Ja, aber... Ich will ein Steckgegang. Der Herbst übrigens das Schwert nur für Mops verwenden. Ah, zum Glück haben wir... Ja, wir dürfen es eh nur... Zum Glück haben wir Glück 3 aufgegauert. Den Braustand brauche ich. Ja, ich habe den Braustand geil! Und was ist wann jetzt... Ich habe jetzt hier dagegen Tränke bauen gegen sie? Was ist wann jetzt denn beschwunden? Ich will es aber so machen, dass wir unsere Häuser nicht in die Luft sprengen. Das habe ich gemeint. So kleine Troll... Also nur so kleine Troll zum Beispiel. Ich lade... Du bist arbeitslos! Und verstehe ich es irgendwo. Aber seitens ich... Wenn ich deine Videos sehe, weiß ich nicht wo das ist. Du darfst aber auch nichts klauen. Ja, wie wollen wir dann Streiche machen? Äh... Keine Ahnung. Aber das ist dann unfair, weil dann kannst du heimlich klauen und ich nicht. Also darfst du das nicht. Ja, was denn? Wenn du... Wenn du... Ja... Wir klauen einen nicht... Wir machen so Trolls, so dass wir deine kompletten Base-App bauen. Aber nicht, wann ich nicht online bin, weil du weißt ja... Ich kann nicht klauen. Nein, eh... Immer nur, wenn wir gleichzeitig von... Wir sind nur online gemeinsam. Und was blöd ist, dass es nicht so einen Minecraft-PS4-Mod gibt. Also, dass man... Wenn man weit entfernt ist, und dann spricht schon... Ei! Wie schützt du mich? Ich brauche meinen Hausen. Weil irgendwie... Hey, weißt du was? Weißt du was? Was du was? Oder lass mich reden. Ja. Weil irgendwie schockt uns andere Leute in Minispiele, dass... das Mikrofon aktivieren. Und du weißt auch nicht, wie das geht. Übrigens, alle grünen Dorfbewohner kannst du umbringen, weil die sind arbeitslos. Grün ist arbeitslos. Den kann man anscheinend arbeitslos geben. Ich bringe zuerst mal ein paar Viecher um, damit ich nicht nur mehr fressen habe. Obwohl ein 33 Brot ist schon reichen. Machen wir nur mehr Brot. Ich habe schon 33 und ein wenig Fleisch. Weil die die ganze Zeit schon... Alter. Ich habe die... Alter, ich habe Halbaker 3 und Reparatur noch auf meinem Schwert. Somit nutzt sie das nicht. Alter, ich habe jetzt ein Steak und 26 Brote. Das genügt. Ich will den nächsten Video schlafen. Ich will den nächsten Video schlafen. 16 Rindfleisch, 19 Schweinefleisch, 14 Handelfleisch und 33 Brote. Ich werde mir jetzt das erste Mal Steinsachen nehmen. Weil Steinsachen ist gerade das Wichtigste für mich, würde ich sagen. Weil ich will mir jetzt eine Axt machen. Eigentlich sehr viele Äxte, um meine Ressourcen für das Haus fertig zu bauen. Ich könnte auch theoretisch ein Eisen bauen, wenn ich den... Wenn ich den Beschützer anbringe. Weil er droppt ja auch Eisen. Und mit dem Glück, da wird die Nummer krank. Ja. Hast du dir gleich Glück auf das Schwert gegeben? Glück 3. Alter, ich habe auch gar kein Glück auf mein Schwert dafür da. Alter. Das kann nicht alles. Warum sind meistens in die Dörfer Höhen? Ja, weil es gut ist. Also, ich würde mich jetzt erst... Okay. Also, die Blödes, die wir beide noch nicht haben, facken. Ja. Und ich weiß nicht, wie man Holzkohle herstellt. Weil das ist, glaube ich, das kompliziert das dann auch. Holzkohle ist gar nicht kompliziert. Ich weiß, wie man das macht. Wie denn? Holzkohle, du haust einfach Holz in den Ofen rein. Und lass das brennen. Was ist denn daran schwer? Ja. Das habe ich dir eh schon mal erklärt. Weil das, was jetzt das Gute ist, wir können ja beim Holz abbauen ja jetzt fliegen. Das ist nämlich voll das Praktische. Und ich habe schon Werkzeug mit dem ich Diamanten abbauen kann. Ich habe schon... Ich habe schon auf jeden Fall... Ich habe schon mal auf jeden Fall... Weil Holz ist ja nicht... Ich werde wahrscheinlich mit dir... Ich werde wahrscheinlich mit dir so Off-Camp farmen... Aber mehr nicht... Ich habe echt eine Toilette. ist nicht weit entfernt ist circa zwei bäume entfernen da schau mal da 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 hinter dir da unten hast du da zufällig schon was abbaut wo da da ja keine wundern dass da schwebt so jetzt muss man die müssen sie ja gar nicht abbauen warum machen wir eine holzachse wenn ich genau aussieht dass du eigentlich schon starrer sein weil die jürgen verständnis machen wo ich kann man nicht die schätzt ihr mann wird waren aber ich tue mal freilich und los nun erst dann waren du verrückt erst dann man nur wie umbringt erst dann werden wir das diamant wird waren nur sagen wir haben das ist nur zum farmen also das verzauerte und das normale ist zum andere spieler umbringen oder ich tue jetzt mal alles umwandeln ja jetzt habe ich mehrere stecks aus dem ich mein Haus bauen kann ich werde so ungefähr dort mein Haus bauen habe ich so direkt den wasser zugang ich kann was gut zu machen ja weißt dass du wahrscheinlich neben einem fluss direkt baust oder ja kommen mehr dabei mein hause teleportieren ist für die folgen darf man aber erst für die nächsten dann der fahrs immer der nächsten der fahrs immer okay bei der nächsten das heißt jetzt darf man ja jetzt der der fahrs immer hause direkt an der anlegestelle bauen du solltest es nicht in der lege von mir bauen weil sonst gibt man so oft gemeinsam zu wollen aber bis ich weiter weg du könntest ja auf der anderen seite des berges bauen weil wenn ich da brauchen wir eine längere strecke wird in fliege mit zum sparen geworden werden muss ich muss doch was die rosenblätter entfernen alle bergungen da hinten aber dahinten ja da gebiet mit der firma ist ja schon ja da kommt es ist weiter entfernt schau mal in luft weil du bist irgendwo dahinten und ich bin einfach da ganz drüben ich bin da drüben ist es ja ernst ist schon fern du sollst ja ich darf wieder einen entscheidenden ort sagen viel genommen auch viel kommen wir noch kommen wir mit ja mal jetzt so war das erste mal den berg wo sind der berg nummer gewesen der ist dahinten mit dem seien ich war schwarzen tp die zunge ja warte mal ja warte mal ja ich bin schon beim sparen ich darf dir einen kleinen zipp geben was du bauen kannst du mal da herum schau mal wenn du da dann entlang fliegst hast du da so eine schöne flächen direkt in so weit und hast viele tiere und du sagst du war nur damit du dann was du mein base ist ja du hast da meine also ja stimmt eigentlich ist es nicht fair weil du weißt wo meine ist ich weiß wo deine ist ich war jetzt erst mal ich war jetzt erst mal weiter mein haus mein haus wird wahrscheinlich das kommende projekt nur verbessert werden ich werde mal extra viele kisten hier stehen kann und so weiter so haus werde ich mal bauen etwas was ist was das schlechtere an an dir ist du kennst du nicht die kompletten kraften rezepte aus der 1 vierzehnung ja und vor allen dingen sehr bald die minecraft neu erscheinen als die bedrock edition soll ja bald für die playstation 4 auszukommen ich frage mich was da eigentlich so interessant ist was ist der unterschied zwischen der bedrock edition vielleicht können wir dann bis obi bauen und ihren obi fliegen und so weiter wenn man ein bilder im namen drinnen oder was ja also das ist die wert geschäfte das nächste update ich glaube eher dass das spiel da komplett neu erscheinen wird also komplett neu spiel glaube ich hoffe dass das heute nur bis sie erweitert wird weil die hohe ja aber dann war sie eigentlich cool wenn die dort ein nächstes update aussahen würden ja wie zum beispiel dass man wie im spiel reden kann ohne dass man party machen muss weil dann je mehr mal zum anderen kommt desto lauter wieder nach so wen hardcore heroes oder das war der geil oder kaufs auf mir für sich hat und die nächste necke ist hat core ding was ja mit julian mit ronja mit top stinkt das sogar wir reden jetzt nicht mehr darüber weil sonst verklagen und super leid ja ich glaube es hätten jetzt dann aber da was denkst du wird der haus schäner werden das mensch was in einer der haus idee somit kann ich muss ja so ein holzboden machen und dann werde ich weiter mit holzbahn richtig viele fenster ich habe mir schon mit einem panorama fenster naja werden die katuschen lakert nur eine bauen wenn mein kraft muss man was mein kraft muss man das klo trotzdem ist in das dekorat wir haben oder so eine eigene bibliothek einzubauen mit einem zaubertisch wurde dann alles upgraden kann natürlich auch genau wenn man so ein extra brau raum wo immer so machen dass sie der nether portal hat jeder hat einen mann aber zum anderen kommt dann hat ein salat oder wenn man höchstens einzelne mitte bauen es darf höchstens anzeigen und es muss glanz bist du wieder weg oder mitten weil so nahe bei der mittenwüste nahe bei wandern zombie pigments durch kämen naja jetzt habe ich gemeint die mann natürlich mein tp die mal zu mir hallo wann ich gerade hab da schaut doch was ist doch ich baue es einfach doch hier ok danke jetzt habe ich meinen ort verloren ich werde aber schon einen eigenen nether quatzen raum bauen im nether ja ja danke wegen namen den platz verloren wo ich gerade im neuch gebaut habe weil die eine freie flächen waren auf wenger für zweit weg weil irgendwo da herum danke ich habe ich habe sogar kräume truhe aufgestellt wo ich alles rechtlich eingelagert habe und jetzt findet es nicht mehr wegen die jahr die hüfte ich habe irgendwo in dem gebiet macht nehmen nehmen fluss und es war und die zone war schon längst frei oder na du musst du klein mal tp ja ja das ist das war ganz schön geht zu deinem wieder zurück gehabt alter weder tippe ich glaube wir werden sie banken seit wann kommen in der welt zu dann schon zu finden wo jetzt sein schon kunden kommen wir zu mitten immer zu mitten ja da ist der ding ja ich komm mit dem mann und sagst du das ist never portal warten müssen die müssen an den richtungen wo dann meine war irgendwo aber die freie fläche ist matur empfehlt hast die jahren da genommen habe weil keine ahnung weil die in die aber da gibt es jedenfalls zwei dann schon stehe gefunden und in welchem gebiet waren die da oder eben hier rüben bei mir ja jetzt mal meine richtung ja das ist ja das ja in der richtung ungefähr als du meinst die lager dungeons oder was na na diese großen da habs gefunden warte diesmal tp mir richtig ach so den da schauen wir die zeit jungen schauen wir dann an hat sogar viel abgeschnitten ja schau mal den hat sogar viel abgeschnitten ja ich hab's schon gesehen okay das heißt von spawn aus richtung mehr grün um mich rechts ja okay das heißt da ist es never portal das heißt da ist das bohren das heißt heute wurde ist weil sie mein haus verliere weil es halt immer noch finden wegen dem dorf ja ich hab das problem da ist immer nur irgendwer markierung auf ich muss mir nur markierung machen weil ich jedes mal mein ding verliere ich möchte nur schnell markierung ja wann ich wissen wo das ding ist ich würde dann mal sagen das war's mit dem video denn wir werden jetzt noch ein bisschen weiter bauen natürlich in überlebensworte sonst wäre es unfair wir müssten euch das nämlich versprechen und wenn einer cheaten würde würde es der andere im video sagen der nächsten bis bis dann zum nächsten video hat er meine sorgen mal miche hast du schon beendet nein ich hab ihn nur beendet welcher tag ihr seid äh heiles montag ich würde sagen jeden montag also fast jeden tag mach mal das projekt raus jeden zweiten tag immer das heißt montag mittwoch freitag sonntag dienstag und so weiter nein das haben wir auch fast jeden tag wie es uns halt gerade passt sagen wir so okay das war's mit der ersten folge haut rein und und schau bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal